er ist comedian er ist einer der allerbesten und er kommt aus deutschland aber weil er hier in deutschland schon alles geschafft hat hat er sich überlegt ich zieh in die schweiz und damals hat er gesagt wenn ich es in der schweiz schaffe dann seht ihr mich nie wieder und hier ist er danke danke für den applaus diesen applaus den habe ich nötig weil ich wurde vor kurzem 49 dankeschön und vor noch kürzerem 50 doch mal ist schon das alter das merke ich schon ich kann euch sagen also wer in meinem alter ist der kann das nachvollziehen wer nicht wartet ab das wird richtig weil wenn du älter wirst dein körper verändert sich aber nicht unbedingt zu deinen gunsten oben fallen die haare aus und wachsen körper stellen weiter wurde überhaupt nicht gebrauchen kann ich gucke auf meine füße ich kann hobbits duben leute wenn wenn ich mich bücke um die schnürsegel zu zu machen dann höre ich mich an wie ein asiater ohne scheiß ich wollte ich blieb ein chineser stehen und hat sich mit mir unterhalten während ich die schnürse du wirst das wird nicht besser das kann ich euch sagen und ich bin sehr sehr tollpatschiger mensch ich bin froh dass ich heute hier auftreten darf denn im letzten jahr hätte ich nicht auftreten können da habe ich mir nämlich den rechten fuß lädiert ich sage euch mal kurz was komisches geräusch ihr wisst dass das kein natürliches geräusch ist kein baby kommt auf die welt schaut sich die mutter an und sagt den vater vielleicht aber nicht die mutter so pass auf pass auf aber ich sage euch was passiert ich habe im letzten jahr für guten zweck in zürich basketball gespielt okay und da bin ich umgeknickt und es hat knack gemacht oder in meinem fall kannack und dann habe ich über so einen flachen witz lacht ihr ohne scheiß ja wenn wir uns gut verstehen heute abend da habe ich noch mehr davon pass auf ich bin geknickt so ich wollte weiterspielen aber mein das ist später lacher aber gut aber mein nehm ich mein fuß mein fuß ich möchte sofort einen arzt sehen es war aber an einem sonntag das heißt die arztpraxen hat geschlossen ging ich im krankenhaus in die Notaufnahme kann ich euch nicht empfehlen Notaufnahme wartest du so lange bist du von alleine gesund ist oder stirbst was anderes passiert nicht ich saß neben mir saß ein skelett guckte mich an also kassenpatient pass auf ich kann nach sechs stunden kam kam eine krankenschwester auf mich zu und sagte was machen sie hier was mache ich hier ich liebe die Notaufnahme ich wurde dann geröntgt ja und die oberärztin schaute sich die röntgenaufnahmen an und sagte herr janor sie hatten glück ja es ist kein bruch es ist nur eine schwere prellung jetzt ist es wichtig auch wenn es weh tut es ist sehr wichtig dass sie den rechten fuß belasten sonst kriegen seine thrombose was immer das ist aber ich wollte keine thrombose in meiner hose deswegen ich hab doch gesagt ich bin die nächsten tage zu hause so rumlaufen meine frau sagte hey was ist mit dir ich hab nix ist eine schwere prellung guck dir mal die farben auf deinem fuß an schwarz rot gold die komplette deutsche flagge ist auf deinem fuß da ist mehr kaputt als die prellung du gehst jetzt in die stadt und machst ein mrt kennt ihr das magnet resonanz ding du steckst google doch selber nach du steckst dein fuß da bin ich arzt oder was du steckst du steckst dein fuß in der röhre und hoffst dass in einem stück wieder rauskommen alles was du hörst ist schon eine prellung oder der oberarzt schaut sich die ergebnisse an sagt herr jahner sie haben sich den rechten mittelfußknochen gebrochen auf keinen fall belasten warte kommt noch besser er schickt mich zu einem spezialisten leute so eine praxis habt ihr noch nie gesehen unfassbar edle praxis das warte zimmer alleine sah aus wie ein showroom für designer möbel ich habe mich nicht getraut mich hinzusetzen ich dachte wenn ich da rein furze die verklagen mich ich stand da die ganze zeit am fenster ich war übrigens der einzige patient so nach 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 zehn minuten kam der arzt und hat mich gesucht ich war der einzige patient und er kam rein sagte kürzlich jetzt komme ich was auf die ideen ist jetzt vor ihm er schaut die ganze zeit in sein monitor wo mein fuß abgebildete waren verschiedenen grafiken und er hat das ziemlich lange studiert er guckt ich fragte soll ich morgen wiederkommen er sagt herr jahner sie haben sich den rechten mittelfußknochen gebrochen wissen sie wie das passieren konnte ich so ja ich war dabei nein das meine ich nicht wissen sie das ist eine äußerst seltene fraktur ja ich sage wie das passieren konnte schaut sich ihren fuß an jeder gesunde mensch hat am sprunggelenk sprunggelenk bänder die kann ich bei ihnen nicht finden ich weiß nicht wo die sind aber die sind nicht da wo die hingehören und für eine sekunde hatte ich angst dass er jetzt gummihandschuhe anzieht und sagt dann schauen wir mal wo die sind aber er sagte herr jahner sie haben einen komplett instabilen fuß ist ihnen das noch nie aufgefallen ist jetzt wo sie sagen ja ich knicke öfter mal um wenn er eine zigarette stummelt ist das ein problem ja herr jahner ist ein problem weil sie so oft umgeknickt sind deswegen haben sie diesen ermüdungsbruch aber ich habe eine gute nachricht für sie herr jahner wenn sie mögen kann ich ihnen nächste woche neue sprunggelenk bänder einsetzen wo kriegen wir denn her die gibt es jetzt nicht im supermarkt im vorteilspark oder da grinste mich an und sagt von leuten diese nicht mehr brauchen wir reden jetzt über organspende ich weiß nicht ob ihr euch auskennt ich habe nur gefährliches halbwissen ich fragte ihn ja muss das nicht relativ frisch passieren müssen wir uns jetzt an die kreuzung stellen wenn sie irgendeine wischt hoffen da grinst er mich schon wieder an sagt nein nein die habe ich bei mir im kühlschrank alter langsam habe ich angst bekommen ich wollte nicht wissen was noch alles in seinem kühlschrank ist also so ein halbtoter ich bin noch gar nicht tot halt die fresse ich brauche morgen deine nieder ich hatte echt angst ich habe zu ihm gesagt weiß ich denn von wem kriege ich denn so neue sprunggelenk band da sagte herr jahner das ist anonym ja aber danach kriegst du so ein sprunggelenk band von einem 100 jährigen und läuft beschissen also vielen dank für das ist es ja manchmal den anderen fuß habe ich nicht gemacht habe ich nicht gemacht habe ich nicht gemacht ich habe dann einen kollegen angerufen habe ich habe ihn gefragt hey sag mal kennst du irgendjemanden der mir meinen fuß reparieren kann ohne mir neue organe zu verpflanzen sagte ja es ist eine klinik in nürnberg so nürnberg alter das ist ein bisschen weit weg kein problem erst die nummer vom professor ich rufe den professor an er sagt ja ja na wenn sie heute kommen werde ich die morgen früh reparieren an meinem wort ich bin ab ins auto er war noch am handy und sagte sie fand doch nicht selber oder wieder raus aus dem auto bis er wie teuer eine taxifahrt von zürich nach nürnberg ist teurer als die ganze op der taxifahrer hat sich gefreut kann ich sie auch wieder abholen so leute die klinik kann ich euch nicht empfehlen ich will den namen nicht sagen das verfahren läuft noch aber es ist spaß aber es ist wirklich ich kann da ich kann eine notaufnahme ich kam da wieder an notaufnahme ich konnte stundenlang warten kommt der oberarzt zu mir und sagt herr jahre sie kriegen morgen eine voll narkose da habe ich mich gefreut voll narkose einige leute sind nervös ich liebe voll narkosen es gibt keinen besseren schlaf also voll narkose deswegen mache ich sehr oft eine magen darm spiegelung ist ja man man gönnt sich ja sonst nichts wirklich alle alle drei monate die leute sind genervt der jahre sie schon wieder das einzige problem ist wenn du von einer also gut bei der magen darm spiegelung wirst du nur sediert ist was anderes okay aber wenn du von der sedierung oder voll narkose aufwacht da laberst du den größten müll also wirklich seid gewarnt ein kumpel von mir hat neulich eine magen darm spiegelung gemacht er ist aufgewacht zwei schwestern haben ihn quasi in seine umkleidekabine zurückgebracht und er ist währenddessen aufgewacht und die sagt na das hätten sich nicht träumen lassen von so zwei hübschen schwestern mal abgeschleppt zu werden und er sagte ich hatte schon becher normalerweise wasser auf von der voll narkose weil du andere stimmen hörst von irgendwelchen krankenschwestern oder ärzt oder was auch immer und ich wachte auf weil mir kalt war es war ganz so was ist mir noch nie passiert ich bin aufgewacht und dann hatte ich ein bild wie in einem horrorfilm ich schaute mich um das waren 15 andere betten und alle waren belegt genauso wie ich mit so einem leichentuch über dem körper ach du scheiße ich weiß dass die krankenhäuser sparen müssen aber das geht zu weit die können mich doch nicht in raum machen mit den typen die nie wieder aufwachen okay ich habe mich umgeschaut es waren gefühlt sieben grad der rechts neben mir hat ein etikett am großen zähl ich so fuck ich bin ja im leichenraum gelandet oder so ein anderer kollege im selben raum hatte dieselben gedanken am anderen ende des raumes und er rief so gott sei dank wenigstens einer lebt ich habe zurückgerufen und dann sind alle aufgewacht keiner war tot ich kam in mein zimmer leute und ihr wisst die situation in deutschen krankenhäusern die ist ein bisschen prekär 40 prozent habe ich gelesen alle krankenhäuser stehen vor dem haus vor der insolvenz die haben kosten explosion fachkräftemangel ich hatte die ersten zwei tage eine marokkanische krankenschwester ja die war bestimmt fähig leute aber sie konnte sehr gut marokkanisch paar worte englisch kein bisschen deutsch und es hat etwas bedrohliches wenn eine krankenschwester auf die zukommt wenn der spritz in der hand und du kannst nicht mit ihr reden das heißt entschuldigung was ist da drin wo spritze ist der falsche fuß weißt du und sie und sie sagt so pass auf je näher sie mit der spritze kam desto tiefer bin ich in dem bett versungen ist und jeder patient hat so notalarmknopf den er drücken kann weißt du wenn er wenn er hilfe braucht alter ich hab das ding zerfetzt sie kann sie kam immer näher so ist dir was passiert wenn du auf diesen knopf drückst du rufst die schwester aber die war ja schon da so deswegen den alarm wieder ausgemacht hey der oberarzt kam zu mir sagt ja die op ist gut verlaufen jetzt kommt es darauf an auf den heilungsverlauf da müssen sie mitmachen sie haben eine woche lang uneingeschrägte bettruhe sie dürfen das bett nicht verlassen haben sie das verstanden herjana hab ich verstanden ja dann sie dürfen auf gar keinen fall das bett verlassen ist ja ist nicht so schwer zu verstehen soll das bett nicht verlassen herjana sie dürfen da gar kein umständen dieses bett verlassen ich verstehen diese bett verlassen scheiße bett bleiben gut diese sagt er ok herjana was machen sie wenn sie aufs klo müssen dann gehe ich was mache ich dann sehen sie diese flasche hier links von ihnen ja da habe ich gerade von getrunken nein 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 da müssen sie rein pinkeln wenn sie müssen so leute ich weiß nicht ob das nur bei mir war oder bei anderen krankenhäusern auch so aber das ding war ein riesenapparat ich habe zu ihm gesagt doch sie überschätzen mich ich komme da ich komme da gar nicht ran das war so ein apparat du kannst du kannst wie willst du das denn machen ich komme da gar nicht willst du laufen lassen das am knie du kannst das ding ja nicht anwinkeln da kommt die ganze brühe wieder zurück mir wird ganz warm ums herz du konntest hätte ich hätte ich kam da gar nicht ran darüber müssen wir sprechen hätte ich das denn der kranken schwester geben sollen und sagen hier ich habe kein problem nach einer woche kam ich raus und alter das ist nicht einfach ich hatte dann so zwei krücken man nennt dann das ganze ortheses und so ein orthesending sondern bin dann so zu hause rumgelaufen weil ich bin vater von zwei kleinen kids ja dreieinhalb und anderthalb leute und da musste da musste ich dabei sein weil die letzten dreieinhalb jahre die haben echt ihre spuren hinterlassen die beiden ich habe es im rücken im kreuz ich habe ich habe zwei hörstürze von meinen kids ich habe am anfang der lautstärkeregler gesucht okay und ich habe ein bisschen angst vor der zukunft weil wie gesagt ich bin jetzt 50 ich gehe auf die 70 zu leute was mache ich was mache ich denn wenn die ein paar jahren sagen papi fußball das machen wir nächstes jahr dann krieg ich ein neues sprunggelenkband dankeschön das ist mein alter oder das ist wirklich heiß wir sind beide alt geworden was willst du machen gleich ein aufguss machen wie kaum ein anderer kannst du alle dialekte alle sprachen dieser welt und bist dann absichtlich zum masterclass gefahren du willst in die schweiz diese sprach barriere schweizerdeutsch hast du dir ja liebe wegen ach so bevor wir alle sagen steuern steuern ich bin liebesflüchtling ich habe meine ja ich habe was man nicht alles macht für einen schweizer passen was glaubt er mich in deutschland bekommen hallo dann hier ihr wollt noch mehr von unseren besten comedians in deutschland dann müsst ihr jetzt hier oder hier auf die playlist drücken ich weiß gar nicht ist das jetzt so oder so also rückt doch einfach dann seht ihr unsere playlist und hab spaß spaß und spaß also ich drück hier